Hey, wie geht's? Wie steht's? Test! Test! Hey, wie geht's? Wie steht's? Hier ist euer Piet! Ja, die Begrüßung habt ihr eigentlich schon gesehen, in der, vor der Aufnahme. Ich hab's reingeschnitten, weil es so lustig war, finde ich. Also, ob's für euch lustig war, ist die Frage. Und wir spielen heute wieder einmal, wow, wieder einmal Super Smash. Endlich, wieder, nach einer langen Zeit, kommt das auch wieder dran. Nehmen wir Apfel. Ähm, ja, ich hab jetzt, glaub ich, zwei Mal hintereinander, oder drei schon. Eigentlich, ich hab jetzt, irgendwie kommt's mir schon vor, mehrere Projekte hintereinander, äh, drangenommen. Also, so wie Smash, und das alles, dann noch, dann noch, ähm, wie heißt nochmal das? Rocket Leach, und wie alle Spiele heißen. Verbrenne! 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 Oh! Nein! 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 Mist. Wie schon gehört bin ich wieder alleine? Ich bin so traurig. Ich wollte einen Part wieder aufnehmen mit Neutron. Aber... Er will jetzt nicht. Oder hat... hat keine also er war bei mir und sie wollte und ich wollte mit ihm voll da lebt ich wollte mit ihm aufnehmen habe ich jetzt gekriegt oder nicht aber dann haben wir uns entschieden nähe spielen wir einfach so normal ohne aufnehmen einmal mann was kommt der mich so weg wieso habe ich jetzt schon wieder das keine ahnung noch eine frage zu dieser map kann man da hoch ist die frage ohne ohne eiswürfel nein er hat mich angezündet ich sehe nichts ich sehe nichts also ich wollte eigentlich heute ansprechen dass das neue minecraft projekt was ich gerade mache ich mache eh noch weiter keine sorge ich höre nicht auf damit es ist nur so ich wollte ein bisschen was anders machen weil ich habe am anfang nur die folgen aufgenommen es wird also nach diesem part eine folge noch weiter kommen nur da sie da habe ich sie gleich also ich habe vier parts gleich hintereinander aufgenommen und da das ist schon einiger zeit her also es ist nicht eine ganz neue dies so seit das projekt begonnen hat ist dieser part schon also so neu ist auch wieder nicht voll treffer ja und nur dass sie wisst das projekt hört nicht auf man immer nach jedem stampfer oder nach jeder explosion lagts voll irgendwie wenn es in der nähe ist schon wieder ich weiß jetzt nicht ob sie im video sieht bei einmal wie ich das text speck gewechselt habe ist da gestanden keine rückmeldung das hat man ja nicht gesehen bei einer aura pvp aura pvp wird auch noch kommen das verspreche ich euch lange will also ja gut mehr nichts zu sagen eben kurzer cut ich habe jetzt gemerkt ich habe keine hinter musik jetzt kurzer cut so bin ich da bin ich wieder ja jetzt geht es eigentlich weiter das weiß ich nicht was ich sonst noch erzählen soll ich mit einem anderen haben noch zwei leben nur wo ist er also ich habe ihn schon gesehen warte was ist das warte ich gehst dahin wieso legt es jetzt ein bisschen so dass ich gerade weiß es ist ein schwert oh volltrei oh nein so schade also in den pokémon part habe ich nicht erwähnt wie gefällt euch eigentlich mein neues intro ich weiß es nicht ob es euch gefällt oder ob ich mein altes lassen soll das weiß ich nicht es könnt ihr entscheiden ihr könnt es in den kommentaren schreiben ob es euch gefällt oder nicht wenn ihr wollt oder wenn ihr könnt ja eher wenn ihr wollt so als frage was was in die was intros machen können ob sie mir ein kostenloses intro machen würden weil wie ihr seht ich bin nicht gerade so gut in den intros machen halt ich kann es nämlich nicht ich verstehe auch irgendwie nicht wie das alles so genau funktioniert mit den bewegungen ich wollte ihn nehmen es ist voll lecky weil ich ihn nicht schlagen kann äh vorher war eine angel da aber egal ähm ach so auch wieso ich keine musik am anfang gehabt habe wegen der testversion habe ich die habe ich die musik ausgemacht deswegen neu wieder gesettet äh ach so ich habe schon so viele prozent okay bemerke ich gar nicht was macht er da volltreffer ach mist aber leider ist es da war war da kein abgrund das ist die frage das ist die frage nein nein ich war eigentlich schon oben druckplatte gas der gas hat ihn voll getroffen schnell flüchten schnell jetzt kann er nicht hoch so das hat dass ich sicher nie hatte zu spät gedacht oh jetpack jetpack ist wie gesagt immer mein lieblingsseiten war da nicht gerade eine suppe wie unfair und er hat sich sprengen lassen wieso sneakt er oder ist es ein bug dass er sneakt die ganze zeit weil normalerweise wenn man sneakt dann setzt man automatisch die die wie heißt das die smash attacke ein lol und er hat auch ein jetpack ich habe sie auch gesehen wo ist er wo ist er wie es mich jetzt umgesteuert hat mit seiner angel und er ist gestorben yay feuerwerk ah screenshot wollte ich machen vor dem stern ja ich habe noch das jetpack ah schade ok dann sehen wir uns gleich in der nächsten runde so bin ich gleich in die nächste runde gejoint wo es gleich nach drei sekunden los ging oh tier schwert tier schwert lol ist das war das normal oder war es ein lag dass er mich gleich von so weit getroffen hat ähm ich weiß auch nicht wieso es immer auf meinen laptop lag also ja ich spiele kein laptop normalerweise ist das ganz normal nicht so boah bleib stehen ich will dich noch einmal treffen hm ich habe es gewusst die bombe da ach nee echt jetzt lol nein ach die runde die sind beide gegen mich oder wie ja ich glaube das sind freunde oder so und will erst mich beseitigen man kann team machen muss aber nicht boah ey du bist du bestätigen also du weißt ja du bist nicht du bist nicht du bist ja ich warte hier oben ist man jetzt landet hier kein item eisenschwert wieso treffe ich ihn nicht nein das war knapp das war knapp das war knapp ich bin tot oder ja wie unfair nur weil die team machen so noch eine runde noch eine wahnsinnsfahrt auf der keine ahnung map ich merke mir die namen halt nicht nein du kriegst das ei nicht ok 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 nastronautenwolf was auch immer ok diesmal sieht es für mich besser aus nein ich habe geglaubt er springt deswegen weg mit dir perfekt jetzt läuft es jetzt läuft es und dann ich habe geglaubt die fällt da runter und dann heißt es das ist eine normal also ein normales item zum aufsammeln und da stattdessen spontan so ein richtiges draus hätte ich das wissen sollen so so drei items auf einmal die hammer sind naja außer das erste das mit dem ding und enderman hat er greift den anderen an und lol 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 nein ich will nicht so weit fliegen bombe ich weiß jetzt nicht wie viele punzen ich gehabt habe deswegen habe ich es gleich gegessen weil ich angst gehabt dass ich gleich beim nächsten schlag weg fliege einfach so beide gleichzeitig double kill fäll bist du sag ich fäll ich mein hammer nicht schon wieder die likes die welche ich glaube das war jetzt die zweite runde bis jetzt mist wo gibt es da noch items brot brauche ich nicht was ist das wieder essen brauche ich auch nicht ich werde auch einmal wieder mit meinem bruder spielen ernsthaft ernsthaft so leicht war das jetzt warte was ich will mich doch das sprengen ja und ja dann dann war es das für diesen part wieder man ich wollte gerade einen schönen abgang machen aber ist ja auch egal dann war es das für diesen part und wir sehen uns nächstes mal wieder bei meinem neuen projekt halt aber da bemerkt man nicht dass ich dass ich also der part ist halt von früher wie gesagt im part wenn ich gehört habt dann auf wiedersehen